Ich bin gerade am zocken, das gibt's. Verlassene Schwimmbad in Neustadt und Rübenberge. Wir sind unterwegs. Verlassene Schwimmbad in Neustadt Diesmal waren wir zu Gast an einem etwas anderem Ort. Wir finden's schön, nicht immer ausschließlich in alten Hotels, Villen oder Industrieruinen herumzuströmern. Schreibt uns gerne einen kurzen Kommentar, wie ihr das seht. Tickt ja nicht jeder so wie wir. Schreibt uns gerne einen kurzen Kommentar, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne einen kurzen Kommentar, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne einen kurzen Kommentar, wie ihr das seht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt ein Eis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017